Herzlich Willkommen zum ersten Port von Lego Marvel Super Heroes Ähm, ja Wir fangen an nur spüren, weil ich schon mal angefangen habe Und ich würde sagen, let's go Lasst ein Like und ein Abo da und aktive die Glocke Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich sehr supporten Und let's go Sorry Surfer, aber dir geht's jetzt an den Kragen Iron Man Dann nähert sich ein Schiff Vorsicht, es eröffnet gleich das Feuer Tony, bist du okay? Au, au und mehr au Mit diesen kosmischen Steinen Werde ich die Welt beherrschen Aber erst sollte ich wohl besser dafür sorgen, dass sie nicht zerstört wird Einfacher wäre es gewesen, das Brett intakt zu lassen, als du es dir geschnappt hast Anstatt es in tausend Stücke zu zerschießen Die Avengers sind aufgetaucht Die machen jeden guten, bösen Plan zunichte Dein Plan ist immer noch Fantastisch Schlechte Wortwahl, Gott der Lügen und der Streiche Ich finde ihn eher spektakulär Vielleicht auch überwältigend Psst Ich habe jeden nur erdenklichen Schurken, Gauner und verwegenen Günstling angeheuert Sie alle helfen mir beim Bau von Dr. Doom's Doomray of Doom Den Mund ganz schön vollgenommen Aber gut Apropos Ruhe Wir müssen noch mehr dieser mächtigen kosmischen Steine finden Damit meine Waffe funktioniert Zu Befehl Dr. Unheil Okay, ihr Bullen Ich lasse diese Macker gehen, sobald sie mir die kosmischen Steine gebracht haben Warum haben die mich hier nicht zum Aufseher gemacht? Dieser Typ hat doch Sand im Hirn Mitten im Berufsverkehr im Hauptbahnhof Geisel nehmen? Das nenne ich mal kriminell Hulk, denk in Zukunft immer daran Erst gucken, dann springen Ich weiß, Schurken Die Schild-Typen glauben, wir müssen uns einen sorgfältigen Angriffsmann ausdenken müssen Oder wir hauen uns einfach durch nach drinnen Guter Plan Willkommen zurück in New York, Gentlemen Okay Was für ein Chaos Haben wir in dieser Stadt nicht eben erst aufgeräumt? Vergiss nicht Du AG ist im Team Du kannst jederzeit den Charakter wechseln Vielleicht könntest du es mal mit Hebetechnik probieren Oh ja Oh mein Gott, Digga Okay Hier geht's nicht, war doch okay Sand macht halt gebüßen Bitte was? Im Zweifel, einfach draufhauen Was? Ein Glück habe ich heute früh noch meine Batterien aufgeladen Ich habe das Gefühl, das wird ein langer Tag Oh ja Okay 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 Gleich nur so gesagt, ich hatte das nicht zum Nerd. Also ich werde nicht jedes Sequel draussuchen und so, aber ich werde schon so viel wie ich finde machen. Wow, dafür ist diese Taste also da. So. Er ist genau so stark wie Hulk eigentlich, oder? Er ist genau so stark wie Hulk eigentlich, oder? Okay, let's go. HALK BÖSE GEMORGEN, UNKLAPPGEMACHT! Der Sandman. Sand Sandman Station, genau. Das war so unlustig. Überall ist Sand, aber es wird trotzdem kein Strachspaziergang. Das war so unlustig. Sieht aus, als gäbe es eine ungeplante Landung im Hauptterminal. Das war so unlustig. Das war so unlustig. Das war so unlustig. Das war so unlustig. Mauer nicht gut. Halt nur Menschen auseinander. Tiefgründig. Zumindest weiß ich jetzt ruhig nicht. Eine Woche gibt es Volleyballspiele. Das war so unlustig. Das wird eine Wasserkanone. Mist. Der Schlosskönig bin dann wohl ich. Ihr Supernullen. Viel Glück, wenn ihr hier vorbeikommen wollt. Das ist mal was, was man nicht alle Tage sieht. Ein großes Gebäude, das noch nicht mir gehört. Dann geht es ab. Das ist ein wenig. Genau. Un plass. Der Schlosskönig war... Es geht um ein wenig. Das ist nicht Brett. Nein! Nein! Was ist noch passiert? Ja, aber schon ein bisschen. Jetzt war klar. Wiederholen. Okay. Dann. Und tschüss. Wow, suchen also mit. Wir nehmen die U-Bahn zum Bugel. Scheint, als müsste ich mit meinem Weg zum Kämpfen. Spider-Männer. Danke, dass du vorbeigehüpft bist, Spider-Man. Ihr Avengers habt es schon wirklich drauf, Chaos anzurichten. Oh ja, haben sie. Hey, das habe ich gerade ersetzt. Oh, jetzt kommt der große Bosskampf, Leute. Ich wusste schon immer, dass um deinen Namen viel Wirbel gemacht wurde, Tony. Aber das hier geht etwas zu weit. Wir müssen den Strom ausschalten. Pepper sagt ja immer, ich stehe mir selbst im Weg. Kannst du an einem Faden schwingen? Ach, natürlich kannst du das. Ein Schwinden sind krabbelt. Du solltest solche Griffe ziehen können, wenn du etwas dran befest. Ach, wirklich. Oh, das ist so cool. Erstmal abspeichern, Leute. Mein Schwinden sind schon wieder. Was ist das? Irgendwas für Hulk. Ich zeig jetzt irgendwas für Hulk. Drei Kilometer. Drei Kilometer. Den Stock. Das würde man da gar nicht als als leutener machen kann. Seheint als hätte ich alle Hände voll zu tun hier. gut geführt dieser typ geht nicht auf wollen mal sehen wie wir das hier hinkriegen ich bin krass den denkt dran dass du dich wieder zurück verwandeln wenn du dich beruhigst das wird wieder wasser kam nur noch ich habe schon genug probleme auch ohne sand in meinem kostüm das ihr glaubt ihr könnt mich aufhalten jetzt zeige ich es euch dieser typ treibt es echt zu weit hat er jemandem was er gesagt stimmt mir wankt der boden unter den füßen als maus bei der man ich hoffe es so hammermäßig überlegen zu sein aber ihr zwei habt es nicht anders verdient wasser hat er hat er Das ist schon mal. Oh, smash! Dieses Mal habt ihr mich gekriegt, aber ich werde euch dennoch schlagen. Smash! Ich hasse es, so hammermäßig überlegen zu sein, aber ihr zwei habt es nicht anders verdient. Ach, boah, wir sind schon auf diesen. Was ist das? Schwimmen sind schon wieder. Was ist das? Ey, wie lautet es denn das, Karin? Mal ein bisschen leiser machen, Leute. Okay, ja. Ich würde meinen, wir haben den Sandmann jetzt besiegt. Ach ne, Heid darf noch mal aufs Maul geben. Na dann, ja. Komm, komm. Guck, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Kamera ist gerade abgespielt. Sichere diesen kosmischen Steinkosten und lass ihn zur Analyse ins Labor der Fantastischen Vier bringen. Ja, Sir. Au. Hm, Hulk, könntest du uns mit dem Schrott hier ein bisschen zur Hand gehen? Hm, Hulk macht aufräumarbeiten, normal. Ihr nennt sie kosmische Steine? Sie stammen von dem Sky-Syfer, dem ihr begegnet seid. Reed Richards ist beauftragt herauszufinden, warum alle so scharf drauf sind. Danke für deine Hilfe, Spider-Man. Bei diesem Einsatz gibt es immer einen Platz für einen Helden wie dich. Als ob ich dafür Zeit hätte. Erstens habe ich morgen eine Trigonometrie-Prüfung. Für meine Tante soll ich ein Dutzend Eier besorgen und außerdem sterbe ich fast vor Angst. Wer steckt nur dahinter? Was genau haben die vor? Und heißt das... Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste es. Und ja, Tony, wie gibst du dich zurück zum Stark Tower und bring mir ein paar Antworten? Hm.. Perfekt. Marks 6, Mark. habe ich ja wieder schon freigeschaltet ja wie gesagt ich spiele es nicht zu 100 durch also ich brauche alle kosmischen steine die ich krieg meine arbeit macht fortschritte und darauf werde ich reduziert mich für meine pläne auf jämmerliche sterbliche kreaturen zu verlassen auch wenn er einen kohlen thron und ein metallgesicht hat der heli carrier direktor fury reed richards ist hier mr fantastic persönlich gibt es erkenntnisse zu diesem kosmischen stein den ich geschickt habe ich brauche hilfe ist tony stark dann der arbeitet an etwas anderem ich habe noch anwender hier ich bin eigentlich der erste avenger hast du erfahrung mit theoretischer quantenmechanik und exotischen energiequellen auf nanobasis ich hatte eine 1 plus in geschichte uns wurde bestätigt dass noch mehr dieser steine im offenen meer niedergegangen sind das war nicht seine freie ich brauche ein schild forschungs-u-boot um die kosmischen steine einzusammeln cab du und reed richards ihr begebt euch zum baxter building und helft wo ihr könnt ich kann ihr mal ein paar kriegsanlein verkaufen um hell noch was wichtiges mittagessen ich nehme schwarmer star kennt einen guten laden droge schützern hekarier Männer wir brauchen euch beim baxter building und zwar pronto direktor fury möchte so viele informationen über diese kosmischen steine wie nur möglich So Freunde, das war's mit dem ersten Part von Lego Marvel Super Heroes, ich hoffe es hat euch gefallen und lasst gerne ein Like, Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt, es fehlen nur noch 5 Abonnenten bis zu dem 50, würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert und bis zum nächsten Mal.